Hallo, ich bin Benjamin Kahl, Snowboard-Weltmeister und Radfahrer aus Leidenschaft. Aber dabei vergesse ich nie auf meine Sicherheit. Wir möchten euch heute einen guten Tipp geben. Achtet darauf, dass alle Schrauben fest sitzen, in den Reifen genug Luft ist und die Bremsen einwandfrei funktionieren. Den Rest lasst euch regelmäßig von einem Fachmann überprüfen. So habt ihr mit Sicherheit mehr Spaß am Sport. Untertitelung des ZDF für funk, 2017